Heute ist das absolut Unmögliche in Brawsters passiert. Zehn Stunden lang konnte man einfach kein Brawsters spielen. Der Stream ist komplett eskaliert mit einem neuen Zuschauerrekord. Und dann konnten wir wieder in das Spiel rein mit einer Entschuldigungsbelohnung, die wir alle auf jedem Account öffnen werden. Ein absolut kranker Shop und unfassbar vielen Gratissachen in meinem Postergang. Viel Spaß und danke für den kranken Stream. Sieben Stunden haben wir gewartet. Im Stream. Alles geschaut. Oh mein Gott, wir sind drin. Nein, das gibt's nicht. Wir haben sieben Stunden gewartet. Ich bin so fertig, wir haben so einen kranken Stream. 6.000 Live-Zuschauer. Oh mein Gott, ich hab was gedrückt. Ein legendärer Drop direkt. Oder? Nee. Epic, ich dachte, ein legendär steht da. Nur ein zufälliger. Okay, wir sind drin. Ich bin super gespannt. Wir sehen hier schon die Flammen für Hypercharge. Und wir sehen... Ja, die Quest, Junge. Da ist sie. Aktiviere 15 Mal Hypercharge. Let's go, Alter. Und wir haben, wie ich's gesagt habe, wir haben Charlie in dieser Challenge. Das steht's schon. Da ist Charlie abgebildet. Okay, wir gehen erstmal in den Shop kurz. Und... Oha. Oha. Oh mein Gott, wir können alles kaufen. Wir werden alles kaufen heute. Aber erst wollen wir den Free Hypercharge gewinnen. Okay, wie immer, wenn ihr mich supporten wollt, Crater Code du Jonas. Die Münzenpakete im Shop sind zurück. Wir schauen, was noch alles passiert ist. Erstmal gleich. Münzenpakete sind zurück. Das ist schon mal krass. Da sehen wir es schon mal. Colette einfach. Dann natürlich Lou haben wir. Wir haben hier auch Pins. Die sind übel reduziert. Die sind einfach so 90% reduziert. Übel krass. Oh, ich bin so allein. Es hat schon echt lange gedauert. Ist das krank. Bei vielen crasht es einfach. Bei mir geht es eigentlich. Legendärer Stardop als Entschädigung noch. Oh mein Gott. Ein Entschuldigungslegendärer Stardop. Den öffnen wir auch noch am Ende. Oder? Den öffnen wir... Wir öffnen jetzt. Komm, wir öffnen jetzt direkt. Komm. Egal. Let's go. Und... Egal. Okay. Wir werden alles... Die Mekka-Einheiten werden wir jetzt auch noch kaufen. Auf jeden Fall fürs Video. Komm, wir lassen es erst mal spielen und dann alles kaufen. Wir sehen hier die ganzen Hypercharges schon. Und nochmal Grumpins, die reduziert sind. Komm, die sind so krass reduziert. Die kaufen wir uns einfach. Ganz ehrlich. Grump. Und ein glatschender Grumpin. Jetzt lass Speedrun machen. Wie schnell. Wo kommen wir dieses Ding? Okay, also bei einigen geschützt ist das Spiel immer noch ab scheinbar. Runden gehen noch nicht. Ach so. Oh no way, bitte nicht. Okay, wir probieren es. Bei vielen Crashes schon mal. Wir hoffen, dass es bei uns funktioniert. Wie schnell können wir die Crash schaffen? Und wird es funktionieren? Charlie ist dabei. Das wäre cool. Oh nein, ich glaube, es geht nicht. Nein. Sieben Stunden gewartet. Ja gut, ne? Es gibt einen Absturz. Und während wir in einer Lösung arbeiten, ist hier schon eine Problemumgebung. Also Sie probieren es schon zu lösen. Drehen Sie Ihr Gerät während des Ladebildschirms. Es funktioniert. Oder machen Sie während dem Ladebildschirm einen Screenshot. Oder schieben Sie die Geräteinstellung nach unten. Sie können auch versuchen, iOS auf 17 zu aktualisieren, wenn es verfügbar ist. Aus diesem Grund führen wir im Shop einen legendären Startup. Also Entschuldigung. Android-Spieler müsste alles funktionieren. Noch wird die Funktion zum Teilen von Wiederholungen deaktiviert, weil da weitere Fehler zusammenhängen. Okay, das ist schon mal alles andere schon, was wir jetzt schauen können. Okay, passt auf. Posteingang. Was wir schon machen können ist, wir kriegen hier Spenden. Und zwar Hamspray. Wir kriegen noch einen Dynamicspray dafür, dass wir die Skins schon hatten. Die sind jetzt legendär. Für Mac auch cool, hä? Mega London auch noch. Und Bibi. Nice. Der Club-Shop wurde entfernt. Da sehen wir es schon. Oh, sehen wir das schon? Ich bin Team Jonas. Kümmern sich da meinen Mods rum? Ah, ich bin sogar Anführer. Cool. Kommt gerne rein in meinen Club. Einen guten, aktiven Club haben. Hier, da seht ihr das Kürzel. Ich kann das jetzt gerade nicht alles managen, weil das macht man... Lass ich eher meine Mods machen. Wo ist... Das ist Megaschwein. Ich hab's gar nicht gesehen. Wie geil. Rekrutierer. Geil. In 16 Tagen Megaschwein. Das werden wir richtig grinden und dann das maximale Megaschwein öffnen, wenn das rauskommt. Cool. Das ist geil, dass es schon mal drin ist. Klar, das dauert noch. Das war ja klar schon. Oh mein Gott, wir kriegen so viel noch. Passt auf. Wir kriegen... Karl. Alter. Das hier, Griff. Oh mein Gott, kriegen wir viel Mortis. Schaut euch das einfach an. Oh mein Gott, ist das geil. Yo. 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 Goll. Was? Hoho. Das ist viel zu viel. Es waren noch mal so 10 mehr bestimmt. Die passen nicht rein. Wie geil die auch aussehen. Das sind die ganzen Pam und Dynamics. Pins auch noch. Die ich gerade jetzt kriege, weil ich halt den Skin schnarrte. Und Mechamort ist schon mal auch noch irgendwas. Schau euch das an. Das waren alle. Puh. Geil. Ja, dann machen wir jetzt ein dickes Opening. Dann öffnen wir jetzt die ganzen Sorry-Legendären-Gratis-Star-Drops. Ist eigentlich auch ganz cool, dass es die gibt. Der nächste Sorry-Legendäre-Gratis-Top. Jetzt komm. Da. Komm. Entschuldigung, Legendäre... Oh mein Gott. Ach, ein Cold-Pin-Schmutz. Und... Komm. Es ist was. Boom. Chuck. Richtig. So, jetzt aber. Nächster Star-Drop. Gönn. Ah, Schmutz. Ja, ich hole jetzt nicht die ganzen Profil-Icons ab. Das ist auch nicht so wichtig. Ich will Legendäre-Brawler. Oha, Hyper-Chart für Shelly. Oha. Die neuen können wir doch bestimmt auch schon 10, oder? Können wir die... Ne, achso, die können wir glaube ich schon nicht 10. Wahrscheinlich erst, wenn die auch offiziell raus sind. Okay, nächster Drop. Münzen. Diese Münzen-Animation ist jetzt so breit, ne? Komm. Hä, was ist das? Ein Hühnchen-Rico einfach. No way. Den Club-Skin kann man jetzt einfach einfach ziehen. Hä, übel krass, dass wir den ziehen. Schauen wir den nächsten Drop auf. Komm. Ja, irgendwas. Yo, wie viel geiles Skins man rausbekommen. Kobold Karl. Komm. Oha, ein Gadget für Bibi. Extra klebrig. Übel gut. Komm. Ah, wieder gute Credits. Oh lol, wir kriegen Mortis einfach auf dem Account, weil wir diese Free-Ballonung kriegen. Geil. Das ist auch geil. Komm, ich will nochmal so einen Legendären jetzt. Oder mindestens einen mythischen oder epischen. Ja, okay. Keinen Pin. Keinen epischen Pin. Brawl eigentlich. Okay, gut. Mortis. Aber der zählt nicht, wenn ich den Free bekomme. Aber ist auch cool. Weiter geht's. Komm, jetzt einen Legendären. Ich hör's. Er ist ein Coldskin, glaub ich, ne? Mann, das ist so 29 Gems Billigskin leider. Und? Das ist El Corazon. Ich seh das schon. Au, so hab ich mir ein Auge getippt fast. Perfekt. Sehr, sehr geil. Aber immer noch kein... Denkt ihr, wir ziehen noch einen Legendären? Ja, safe, oder? So, jetzt ein Brawler. Ich hab's im Gefühl. Das sind 100 Credits bitte für eine Entschädigung, wenn ich Mortis kriegen könnte. So, weil ich den schon hab. Oh, noch mehr gerade Stuff hier auf dem Account, wenn wir den schon haben. Und? Gadget. Ja. Die waren mal so OP, diese Silberkugel. Wisst ihr noch, als sie die genervt haben dann? Hm, jetzt ein Brawler einfach. Komm. Ja, nicht so. Nicht so. Und? Oh, Hyperchart. Hyperwurzeln. Wickelwurzeln. Es geht. Man kann die neuen... No way. Man kann die neuen doch schon ziehen. Man kann die nicht kaufen. Man kann sie aber ziehen. Einfach Wickelwurzeln gezogen. Die gibt's noch gar nicht. Also, für Münzen gibt's die noch nicht. Yo. Das ist übel krass gerade, was passiert ist eigentlich. Und... Münzen. Es ist krass, wie das immer kurz hängt. Komm. Hyperchart. Nee, kein Hyperchart. Kann nicht sein. Starpower, Rico. Komm. Mann, dieses dumme Gale Gadget. Wir kriegen irgendwie bisher nur Mist. Also, jetzt nicht nur Mist, aber ich bin ein bisschen hart vielleicht. Zufrieden bin ich nicht, ihr merkt's. Zufrieden bin ich nicht. Komm, jetzt. Ja. Ja. Es ist der Skin. Es ist der Skin. Nein. Oh, nein. Die sehen eins zu eins gleich. Das ist nur eine andere Farbe. Ich konnte es nicht wissen. Ich fühle mich so gescammt. Ah, genau. An der Stelle mal. Creator Code, Leute. Denkt an den Creator Code, wenn ihr mich supporten wollt im Shop. Ganz rechts. Code. Jonas. Ist völlig kostenlos. Alle sieben Tage müsst ihr den Code neu eintragen, weil der sonst verschwindet. Falls ihr mich natürlich weiterhin supporten wollt. Also, gerne alle sieben Tage einfach eintragen. Wenn ihr euch irgendwas im Shop kauft, dann kriege ich davon eben einen Teil von Supercell. Das heißt, es ist für mich kostenlos, für euch auch kein Nachteil. Und ihr supportet mich eben. Geil. Komm. Tausend Münzen. Komm. Ich fühle mich immer noch gescammt wegen Sandy gerade. Und. Ha. Es ist der Skin. Ich sage, es ist der Skin. Ich höre auf, mich zu freuen. Das ist eh sinnlos. Das ist immer am Ende jeder Skin davon günstiger. Und. Das aber jetzt. Ich will mich nicht freuen. Ich dachte, es ist vielleicht wieder irgendein Skin, den ich nicht kenne. Keine Ahnung. Neue Beschreibung auch. Ember heizt Gegner ein. Buchstäblich. Sie übertreibt oft mit ihren Feuerfähigkeiten. Ist aber etwas tollpatschig. In ihren spektakulären Aufführungen steht die Sicherheit hinten an. Ja. Ich habe gesagt, ich ziehe noch einen Legendären. Ich habe es gesagt. Da ist er. Den lassen wir kurz mal stehen. Geil, ja, geil, geil. Weiter geht's. So, jetzt noch ein weiterer Legendärer. Komm. Ja, Cold freigeschaltet. Ist okay. Und Devil Upgrade. Yo, noch ein Hypercharge freigeschaltet. Neue, und zwar die Colette Hyperladung. Teen Spirit. Die kaufen es euch an und noch auf dem Main Account. Aber wie geil, dass man die neuen schon freischalten kann. Da haben sich viele bestimmt übel gefreut. Stattdurch fordert direkt zwei von den neuen Hypercharges. Vor allem mit der Challenge, bitte die ja eh noch kriegen. So krass eigentlich, ne? Weiter geht's. Das war jetzt wirklich wieder Mist. Ey, was ist denn das jetzt? Jetzt. Na, Jackie Gadget ist okay. Weiter geht's. Und? Hank! Nicht der Skin? Nicht der Skin. Cool, komm. Und? Das ist nicht El Primo, oder? Ah, wollte ich schon sagen. Der Skin nämlich. Und dann hoffen wir uns die Hypercharges machen, noch gleich Powerleger. Auch cool. Guck mal. Und? Ja. Danke. Und? Oh mein Gott, der nächste Hypercharge. Jackie's Hypercharge. Es ist jetzt nicht neu. Das ist schon echt cool. Und... Cold Hypercharge. Krass, wie viele Hypercharges wir ziehen. Die sind auch echt übel wertvoll, weil die ja 5000 Münzen kosten. Und... So... Komm. Ja, eine Star-Power ist okay. Und... Immerhin Spray. Komm. Münzen. Und? Das ist du, Skin. Cool. Sehr cool. Oh, ist nicht der Skin, ist der Brawler. Cool. Und... Und Riko Skin. Gleich hat Riko freigeschaltet. Und? Noch ein Legendärer vielleicht? Den Gadget. Und... Münzen. Legendärer Drop. Das ist nicht Shelly, das ist der Skin. Sehr Shelly, cool. Und? Und? Oha. Sogar noch Jean. Wie geil eigentlich, oder? Wie nice. Das ist gut. Die meisten Leute denken, Jean sei ein lustiger kleiner Kerl im Kostüm. Komm. Oh, wir kriegen noch Chuck hier gratis, den Skin. Und Münzen. Ah, das ist nämlich nochmal mit. Das ist cool. Aber cool, dass sie wirklich eine Entschuldigung... Entschuldigung in den Shop gebracht haben. Weil es gab schon einige Zuschauer, die so flamen. Oh, es gibt so einen vorn. Der so übeltoxic war. Ich weiß nicht, ob der noch da ist. Das ist auch nicht böse gemeint. Na, das war schon echt böse. Er hat so geschrieben, ah, ihr seid alle dumm. Was hat der gemeint? Das Update ist auch schon längst draußen. Die müssen nur irgendwie noch das und das machen. Keine Ahnung. Und... Warum sollte sich Brawlers bei euch entschuldigen oder euch Entschuldigungsdings geben? Brawlers, ein paar Stunden später. Haut einfach einen legendären Startup raus mit Sau hier drauf. Also, keine Ahnung. Haben die sich scheinbar schon gedacht, dass sie sich entschuldigen müssen? Ist halt schon cool, dass sie da die Entschuldigung... Vor allem den legendären Startup rausgehauen haben. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und danke für einen absolut krassen Stream mit über 200.000 Live-Aufrufen. Hier ist noch der Abspann verlinkt. Schaut da gerne vorbei und haut rein bis zum nächsten Video. Und hoffentlich können wir dann die Challenge spielen, dass sie dann auch funktioniert. Bis dann, haut rein und danke für den Support. Ciao.